Musik Ich habe zwei komplett verschiedene Labels. Eins zusammen mit Mona Ulrich, das heisst Pierroi Pierrette, und das andere heisst Zara Lita und existiert seit 2010. Viele Lern- und Leidenschaft braucht es am Anfang. Dann Ausdauer- und Durchhaltevermögen und zum Schluss ein Gefühl für unsere Kunden und Kundinnen, auf welche Details sie Wert legen und welche Materialien passen. So entstehen bei Pierroi Pierrette schlichte Reisebegleiter und Lieblingsstücke und bei Zara Lita individuelle Einzelstücke für sie und ihn. Seit ich denken kann, spinnt sich das Nähen wie ein roter Faden durch mein Leben. Ideen fallen mir meistens wie Sternschnucken zu. Zuerst nähe ich einen Prototyp und probiere ihn an mir aus. Am liebsten modelliere ich am Körper. So kann ich das Kleid in der Bewegung, aus der Distanz und von allen Seiten beobachten. Spezialisiert habe ich mich auf wandelbare Stücke, Kleider, die auf verschiedene Arten getragen werden können. Mit dem Laden Oniva ging für mich ein grosser Traum in Erfüllung. Als Textildesignerin entwerfe ich zweimal jährlich eine neue Stoffkollektion. Dabei arbeite ich meistens thematisch und lasse mich von diesem Thema inspirieren. Das heisst, ich recherchiere und lasse mich von diesen Welten, die sich mir eröffnen, leiten. So entsteht die Farbpalette und die Formensprache. Dieses assoziative Denken und das Spielen mit den Farben und Formen führen dann zur schlussendlichen Stoffkollektion.